Hallo, mein Name ist Caroline Tausing, ich bin Unica Vital Coach und ich möchte Ihnen gerne jetzt eine spezielle Technik aus dem Bereich Zeitmanagement vorstellen. Wer gut mit seiner Zeit umgehen kann, also Herr seiner Zeit ist, erhöht wesentlich seine Lebensqualität. Das Zeiterleben selbst ist mental und subjektiv beeinflusst. Stellen Sie sich vor, Sie warten eine Stunde lang auf den heißersehenden Besuch. Diese Stunde kann zu einer Ewigkeit werden. Andererseits eine Stunde im Kreise seiner besten Freunde an einem lustigen Abend vergeht wie im Flug. Denken Sie jetzt an ein zukünftiges, unerfreuliches Ereignis. Vielleicht eines, das sich regelmäßig wiederholt, wie zum Beispiel der Montagmorgen, der Berufsalltag beginnt wieder. Oder zum Beispiel ein Zahnarztbesuch steht an. Oder ein anderes privates oder berufliches Ereignis in der Zukunft, das Sie aber jetzt schon belastet. Wie würdest du die beschreiben, diese Farbe? Über welche Farbe? Über welche Farbe? Das ist eine chronische Aufmerksamkeit. Das ist eine andere Seite. Das ist ein, das sind die Teil der Abenteuerung. Das ist eher eine andere Seite. Theitleinschern. Drauen, deniciauch erinnern zu sein, Der Prinzip auch einen Vorabschlag ist, oder das Ei Objektorgen. Aber es geht nicht weiter? Aber ein schwerer Verzummein! Untertitelung des ZDF, 2020